Mit jeder Infusionstherapie beeinflussen Sie den Flüssigkeitshaushalt Ihres Patienten. Am Ende dieser Lektion werden Sie daher physiologische Grundlagen zum Wasser- und Elektrolythaushalt sowie einige Arten von kristalloiden Infusionslösungen kennengelernt haben, worin diese sich in der Zusammensetzung unterscheiden und wann und in welcher Menge die Lösungen verabreicht oder auch vermieden werden sollen. Da wir bis jetzt die koloidalen Lösungen noch nicht besprochen haben, schauen wir uns einige Fallbeispiele an, bei denen eine Therapie ausschließlich mit kristalloiden Infusionen angemessen und richtig ist. Stellen Sie sich eine ältere Patientin vor, die seit einigen Tagen Durchfall und Erbrechen hat. Aufgrund ihrer anhaltenden Übelkeit konnte sie nicht genug trinken und ist nun kollabiert. Bei der Anamnese und körperlichen Untersuchung fallen folgende Punkte auf. Eine trockene Zunge und trockene Axilla, stehende Hautfalten bei der Untersuchung des Hauttugors und Tachycardie mit 110 Schlägen pro Minute. Der Blutdruck beträgt 90 zu 60 mm Hg. Familienangehörige haben die Beine der Patientin als Ersthelfermaßnahme erhöht gelagert, daraufhin hat sie sich erholt. Sie wurde von den Angehörigen dann wieder ins Bett gelegt. Betrachten wir einige Fragen in Bezug auf die Patientin und fokussieren uns dabei auf die Infusionstherapie. Was ist die Ursache für die Kreislaufinstabilität? Der Patient hat einen extrazellulären Flüssigkeitsmangel. Das heißt, sowohl im Gefäßraum als auch im Interstitium. Dieser Mangel hat sich langsam über Tage entwickelt. Benötigt der Patient Flüssigkeit? Ja, und zwar eine Infusionslösung, die den gesamten extrazellulär Raum erreicht, also eine balancierte, kristalloide Vollelektrolytlösung. Sollte die Patientin einen Vasopressor bzw. positiv inotrope Substanzen erhalten? Eher nicht. Am zielführendsten wird es sein, ihr Infusionen zu verabreichen, bis eine klinische Besserung eintritt. Das können 500 bis 1000 Milliliter und mehr sein. Ein Konzept wie die permissive Hypotension, auf die ich noch eingehen werde, ist hier weder sinnvoll noch erforderlich. In diesem Beispiel können also normale Blutdruckwerte angestrebt werden. Woran erkennt man, dass die Therapie erfolgreich ist? Erfolgsparameter sind in diesem Fall das Sinken der Herzfrequenz und ein Anstieg des Blutdrucks. Klinisch wird die Kollapsneigung des Patienten zurückgehen und er wird sich wahrscheinlich bald besser fühlen. Im menschlichen Plasma befinden sich 24 Millimolliter Bikarbonat. Dies ist eine körpereigene Puffersubstanz, die im Säurebasenhaushalt als Gegenspieler zum Kohlendioxid eine wichtige Rolle spielt. Das Ziel ist immer die Aufrechterhaltung eines Blut-pH-Wertes um 7,4. Herstellungsbedingt kann man jedoch in Infusionslösungen kein Bikarbonat zumischen. Verabreicht man nun große Mengen Flüssigkeit, wie etwa in der Sepsis, kann es zu einer sogenannten Dilutionsazidose kommen. Dilution heißt so viel wie Verdünnung. Damit ist gemeint, dass die Auffüllung des gesamten Extrazellulärraumes mit einer großen Menge bikarbonatfreier Infusionen zu einer Verringerung des Bikarbonatgehaltes im Blut führt. Klingt ja eigentlich logisch. Wenn wir jetzt noch bedenken, dass der Kohlendioxidpartialdruck erst einmal konstant bleibt, sehen wir hier ein Ungleichgewicht. Unterm Strich entwickelt sich daher eine Azidose. Bei Verabreichung geringer Infusionsmengen finden sich hingegen nur geringfügige Änderungen. Die Grafik stellt schematisch dar, wie im Körper aus Laktat das Bikarbonat gebildet wird. Laktat wird vornehmlich in der Leber, also hepatisch, zu Bikarbonat umgewandelt. Dieser Vorgang verbraucht 3 Mol Sauerstoff pro 1 Mol gebildetem Bikarbonat, was pro Liter zugeführter Ringerlaktatlösung den Sauerstoffverbrauch des Patienten für eine gewisse Zeit deutlich steigert. Gerade aber in der Notfallmedizin bzw. beim Schockpatienten ist dies natürlich kein gewünschter Begleiteffekt, sondern kann dem Patienten schaden. Zudem geht dieses Konzept nur dann auf, wenn die Leber eine ungestörte Funktion aufweist. Darüber hinaus gehen mit der Ringerlaktat-Infusionslösung mehrere andere Nachteile einher, die ich Ihnen auf den nächsten Seiten vorstellen möchte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017